Heute gibt es wieder ein Micro-Cap-Projekt, welches kurz vor einem wirklich großen Move stehen könnte. Warum Electro-Protokoll vor einem der größten Veränderungen und Updates ihrer gesamten Geschichte steht, was das Team selbst dazu sagt, welche Neuerungen es geben wird und wie sich das auf den Kurs auswirken wird, klären wir alles mal heute direkt im Video nach dem Intro. Ja, meine Freunde, und ihr seht, hier auf der Seite sitzt Marc. Marc ist Teammitglied von Electro-Protokoll, deutschsprachig und wirklich mit einer der Member seit Anfang an. Und wir sprechen heute über die Vision von Electro-Protokoll, die Neuerungen, die wir schon viel besprochen haben, die aber noch nicht wirklich released wurden und alles das, was dieses Projekt so besonders macht. Marc, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke, dass ich hier sein kann bei euch. Mein Name ist Marc Thommen, wie ihr hört, bin ich Schweizer, ich lebe da in den Bergen, in der Schweiz. Marc, lass uns doch vielleicht mal ganz, ganz kurz einmal anfangen, weil einige Leute kennen wahrscheinlich Electro-Protokoll wirklich nur von einmal Token aufmachen, will ich da rein investieren oder nicht. Aber magst du vielleicht mal so ein kleines bisschen die Vision oder den Kernpunkt? Was möchte Electro-Protokoll verändern oder besser machen als vielleicht die Konkurrenten und der Wettbewerber auf dem Markt? Vielleicht mal ganz kurz uns mal abreißen, lass uns mal ein bisschen abholst dazu. Absolut, Electro-Protokoll möchte eine Blockchain sein, die man benutzen kann, die echt nutzbar ist. Man hat mal eine Pizza mit Bitcoin bestellt, vor vielen, vielen Jahren als erster Fall. Wenn man einen Kaffee bezahlen möchte mit Bitcoin, Ethereum oder was auch immer, dann muss man zu lange warten und der Kaffee, die Transaktion kostet wahrscheinlich mehr als der Kaffee selber. Also nicht brauchbar. Nicht brauchbar für diesen Fall, für andere Sachen vielleicht schon, aber für diesen Fall nicht. Wir wollten eine Blockchain haben, die sehr schnell ist und die fast nichts kostet. Wir sind ja auch nicht irgendwie, wir müssen kein Geld verdienen mit dieser Blockchain. Wir sind hier, um eine Infrastruktur zu bauen, die einfach perfekt ist. Wir versuchen das und Electro-Protokoll hat eine Transaktionsgeschwindigkeit. Wenn du jetzt dein Kaffee bezahlst, dann sieht die andere Gegenseite, dass innerhalb einer Sekunde, dass der bezahlt wurde und die Transaktion kostet irgendwie im Moment 0,00002 Cent. Also nichts. Und das ist ideal. Und wenn man jetzt überlegt, was da alles möglich ist mit so einer Blockchain, die das kann, dann öffnen sich unglaublich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man Microtransactions machen. Das große Problem ist ja, die meisten riesigen Projekte stürzen sich ja auf Industriegiganten, wollen ja den ganzen Markt bedienen, wollen tatsächlich, ich sage jetzt mal, den Tesla mit Dogecoin bezahlen, wollen Dinge machen, die ja eigentlich uns im wahren Leben gar nicht helfen. Wie du es schon gerade sagtest, Microtransactions, Micropayments. Wir haben ja nun beide auch viel über das Thema Energy Grid gesprochen, welche Möglichkeiten Electro-Protokoll da vielleicht auch bieten würde. Das Vermieten von Strom, das Mieten deines Rollers, Kfz-Gebühren zahlen, den Kaffee bezahlen. Und das sind ja halt einfach so Sachen, die wir wirklich brauchen. Ich kaufe drei, vier, fünfmal in meinem Leben vielleicht ein Auto, aber ich bezahle jeden zweiten, dritten Tag einen Kaffee. Ich bezahle jede, einmal in der Woche, mindestens beim Bäcker am Samstagmorgen meine Brötchen. Also jetzt nicht hier, aber in Deutschland. Und das sind ja so Sachen, die müssen wir unbedingt haben. Die sind ganz, ganz wichtig. Also würdest du eher sagen, dass Electro-Protokoll den Fokus auf den Nutzer hat oder eher auf den Business-Bereich hat? Also wir können das für beide einsetzen. Ich kann dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel gibt es da einen Freund von mir, der hat ein Restaurant. Dieses Restaurant wollte seinen Betrieb einstellen. Aber das war so wichtig für dieses kleine Dorf, dass die Leute gesagt haben, hey, wir setzen uns zusammen, wir kaufen dieses Restaurant und wir betreiben es. Wir lassen es betreiben von einem Restaurantbetreiber. Und jetzt haben sie irgendwie tausend Leute, die da ganz wenig Geld reingesteckt haben. Das ganze Ding hat irgendwie acht Millionen gekostet am Schluss. Und die haben das wirklich durchgezogen. Und jetzt, mein Freund ist hier der Initiant von dieser Sache. Jetzt sagt er, ja, könnten wir vielleicht irgendwie, wollen wir wie etwas auszahlen, diesen Leuten. Aber das sind tausend Leute, da müssen wir tausend Banktransaktionen machen und so weiter. Super kompliziert. Wie könnten wir das anders lösen? Dann habe ich gesagt, ja, mit unserem neuen Release, das demnächst rauskommt, ist noch nicht raus, aber sind eine Sache vom Wochenende. Zu den Details, was da released wird, kommen wir auch noch im Video. Also auf jeden Fall dranbleiben. Dann kannst du ein Token machen. Mit zwei, drei Klicks kannst du ein Token machen von diesem Restaurant. Sagen wir mal, das Restaurant heisst Hirschen. Den Hirschen-Token machst du dann. Und dann kannst du deinen Mitgliedern in ihr Wallet diese Transaktionen machen. Du kannst eine Massentransaktion machen, die läuft dann einfach automatisch raus. Und die Leute können dann mit diesem Token ins Restaurant gehen und dort kriegen sie eins zu eins zum Beispiel ein Menü, können sie dort kaufen. Sie bringen noch andere Freunde und Familie mit, das Restaurant macht mehr Umsatz. Und der Restaurantbetreiber kann dann diese Token zu der Gesellschaft bringen und sagen, gib mir jetzt mein Geld für diese Tokens zum Beispiel. Und das ist so eine ganz kleinere Use Case. Wir reden hier nicht von weltbewegenden Sachen, das ist wirklich ganz klein. Aber, und wir arbeiten so, wenn wir dieses Problem lösen, dann lösen wir auch noch ganz, ganz viele andere Probleme. Weil das, genau dieser Fall, hat ja eine Airline für ihre Meilen. Es ist genau das Gleiche. Die Meilen rausgeben an Leute, die dann im Webshop mit den Tokens zum Beispiel shoppen können. Es ist genau der gleiche Fall. Und wir lösen das mit diesem einfachen Beispiel. Es ist ein wenig die Philosophie, wie wir vorgehen. Und ihr seht, da denken wir gar nicht an Geld verdienen. Weil wir wollen ein Problem lösen. Wir wollen technisch eine Lösung haben. Wie man nachher damit mit der Blockchain Geld verdient, das ist dann Sache von jedem Einzelnen. Und ich glaube, hier kommt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach noch zum Tragen, den die meisten Leute immer vergessen. Ich meine, wir kennen diese gesamte Thematik um die SEC hier gerade in den Staaten. Und auch was das Thema Regulierung, beziehungsweise, ich sage mal, eine klare Klärung von den Besitztümern. Was darf ich? Ich meine, wir unterhalten uns hier tatsächlich, ich sage es mal, faktisch über den grauen Finanzmarkt. Und das ist ja einfach immer noch, das ist ein super wilder Westen, was wir hier im Crypto-Bereich haben. Und ihr, muss ich ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja faktisch seit drei, seit zweieinhalb Jahren mit Electro-Protokoll. Und das, was ihr gemacht habt am Markt, finde ich einfach nur genial. Und da würde ich sagen, kommen wir mal gleich zum nächsten Punkt. Und zwar, wie sieht euer Team aus, beziehungsweise wie finanziert ihr euch? Ja, also wir haben ja eine Community, jeder kann da beitreten. Wir haben Telegram, Discord-Channels und wir haben ein Core-Team. Wir nennen das das Team. Und das ist eine geschlossene Discord-Gruppe. Und wir sind da rund, ja, in der Gruppe sind vielleicht 50 Leute. Davon sind 25 sehr aktiv. Also würdest du sagen, euer Kernteam, ich sage jetzt mal, das, was du im normalen Unternehmen als die Management-Ebene sehen würdest, wären ungefähr 25 bis 50 Leute. Ich würde sagen, die Mitarbeiter wären das, nicht die Management-Ebene. Das sind einfach die Leute, die arbeiten, die wirklich, die Devs, die Leute, die sich um Kommunikation kümmern mit Partnerschaften oder so wie ich. Zum Beispiel mein Job in dem Team, ich leite die Sitzungen alle zwei Wochen. Dann haben wir so, die verschiedenen Teams kommen alle zwei Wochen zusammen. Dann gibt es so Berichte. Jedes Team, jede Abteilung, wenn du so möchtest, berichtet, was sie gemacht haben, was sie vielleicht von anderen brauchen. Und dann gibt es so eine Diskussion, wie wir das koordinieren und effizienter machen können. Und mein Job ist eigentlich, alle zwei Wochen diese Sitzung zu halten. Ich setze die Agenda auf, den Plan, wo wir hingehen, das bespreche ich mit den anderen. Also ich bin da nicht alleine, da bestimmen überhaupt nicht. Ich leite einfach diese Sitzung, sagen wir mal so. Und dann, alle Entscheidungen, die machen wir gemeinsam. Und dieses geschlossene Team, wir haben beschlossen, wir müssen das ein wenig zuschliessen, weil ihr wisst ja alle, die Kryptowelt ist nicht sehr schön. Es kann da ganz viel Stress passieren und vor allem unsere Devs, die wollen davon gar nichts hören. Die schotten wir so richtig ab. Und es ist auch so, dass ich selber keine Ahnung habe, wann jetzt genau dieses Omnik selber released wird. Das ist noch nicht klar und wir pushen auch nicht. Das ist für uns wie ein Tabu. Fass den Dev nie an. Das darfst du nicht. Die kommen dann schon. Die kommen dann schon. Die sind im Tunnel, die sind am Arbeiten, die sind konzentriert. Und wir wissen, die kommen raus, wenn das gut ist, sicher ist, vor allem sicher ist. Und sie kommen raus, wollen dann noch Tests machen und so weiter. Aber sie kommen raus mit etwas, was funktioniert und oft etwas Supergenialem. Toll. Also das ist ja auch genau richtig. Ich meine, ihr gebt ja Kompetenzen an die jeweiligen Fachabteilungen. Das ist ja auch, ich meine, das unterscheidet euch ja nicht von einem großen Unternehmen. Jetzt aber nochmal die Frage, oder das ist ja schon eingangs so ein bisschen erwähnt. Wie finanziert ihr euch selber? Wir haben, wenn man auf die Allocation, Token Allocation, ja, also wenn ihr hier schaut, dann seht ihr bei Xepp haben wir 46% ist Airdrop. Das wurde also verteilt. Jetzt seht ihr da rundherum 0% Marketing, 0% Development, 0% Founders, sehr wichtig. 0% Technologie, 0% Strategic Partners und Advisor. Und jetzt mal, mein Lieben Freund, das müsst ihr euch mal wirklich mal geben. Es gibt hier keine Reserven für alles das, was sonst Projekte, ich sage mal ein Viertelkuchenstück, ein Drittelkuchenstück, 10% sich reservieren. Ja, du siehst die Roten auf der anderen Seite, da auf der rechten Seite siehst du bei Messari alle die Allocations. Alles, was rot ist in diesen Projekten, das ist für die Insiders, das steht da, oder? Also das sind Investoren zum Teil. Leute, die bringen Geld rein und kriegen dafür Tokens. Und der Hauptgrund dafür ist ja wirklich, das Team finanziert sich selber. Man sagt ja immer so schön ehrenamtlich. Es gibt hier keinen, der bei Electra Protocol, also so auch meine Recherchen, tatsächlich hier, ich sage mal, Geld bekommt für Arbeit. Also die Leute arbeiten hier wirklich ehrenamtlich, ziehen das Thema komplett selbstständig durch und werden dafür finanziell nicht entlohnt. Also ich habe noch nie einen Gsepp erhalten von jemandem. Also ich auch noch nicht. Marc, das ist ja mal jetzt mal auch ein ganz anderes Thema noch, was ich jetzt hier noch gerne mit reinbringen wollen würde. Das Thema Fair Lounge. Die meisten Leute wissen ja, dass, ich sage mal, Bundesregierungen, Unternehmen oder Institutionen, die ja regulieren wollen, in der Zeit momentan gerade, was Blockchain-Projekte, Kryptoprojekte angeht, ganz, ganz massiv den Riegel vorschieben. Und ich sage mal, ihr habt ja wirklich einen ganz, ganz smarten Move gemacht, indem ihr einen Fair Lounge bei Electra Protocol gemacht habt. Ich meine, kannst du das mal ganz kurz ein bisschen erklären, warum ihr das gemacht habt, welche Vorteile das bietet, gerade in Hinsicht auf das Thema SEC und auch Regulierung? Ja, also Electra Protocol hat keinen ICO gehabt. Also wir haben keine Tokens vor dem Launch an irgendwelche Leute, Investoren für Geld verkauft. Wir haben auch keine Investoren später gehabt. Wir wollen das auch nicht. Das haben wir so entschieden, dass wir das nicht wollen. Und der Grund ist, es gibt so einen Test, den nennt sich Howie-Test. Dieser Howie-Test benutzt das SEC, also Gary Gensley, benutzt das, um herauszufinden, ob ein Asset, eine Security, also eine Aktiengesellschaft, wenn du so willst, ist oder nicht. Beziehungsweise der Effekt ist, muss das reguliert werden oder nicht. Und der Gary Gensley, der sagt, ob du jetzt an die Börse in New York gehst und dort einen IPO machst, nämlich du verkaufst Aktien deiner Firma für Geld, damit du Kapital kriegst in deine Firma, oder ob du das in der Kryptowelt mit Kryptocoins machst, ist ja an und für sich dasselbe. Und deswegen ist es nicht einsehbar oder verständlich, warum auf der einen Seite strenge Regulatorien gelten, wie zum Beispiel KYC, die Aktiengesellschaften müssen, Aktionäre, die mehr als 5% Anteile haben müssen, die melden an das SEC. Aber hier auf dieser Seite nicht. Stell dir mal vor, wenn das einfach so ignoriert würde, wie in der Kryptowelt, ich bin mir bewusst, ganz viele Leute sind total nicht einverstanden mit Gary Gensley. Aber wenn du dir das mal so überlegst, ja, wenn du das weitermachen würdest, wenn du das einfach so lassen würdest, ohne Regulationen, dann würde eine Firma, eine neue Firma, sagen wir VW, wenn sie eine Kapitalerhöhung brauchen, dann würden sie ja nicht mehr ein IPO machen, sondern sie machen ein ICO. Und das bedeutet, dass der Staat sämtliche Kontrolle verliert. Und das wollen wir, das will der Staat ja nicht. Und das wird der Staat nie, nie zulassen, nie. Deswegen wird das früher oder später reguliert werden. Jetzt, die Frage ist, ist ein Token, ein Coin, besteht der der Howie-Test oder nicht? Und der Howie-Test, da könnt ihr googeln, Howie-Test, der SEC, hat eigentlich nur vier Fragen. Und die wichtigste Frage ist, gab es da ein Investment? Gibt es da einen Investor, der eine Erwartung hat, dass er Geld damit verdient? Genau, ist eine Gewinnerwartungsabsicht tatsächlich. Eine Gewinnerwartungsabsicht, das heißt, ist das Unternehmen verpflichtet einem Investor gegenüber. Das ist ja, und das hebelt eher komplett aus, weil jeder Token, den es gab, gab es nur über den Airdrop oder über das Staking, richtig? Ja, bei uns gibt es keine Tokens, die irgendwie im ICO oder so verkauft wurden. Das gibt es nicht bei uns. Das haben wir vermieden von Anfang an, weil wir wussten, das ist eine sehr weise Entscheidung von den Gründern. Da war ich noch nicht dabei und das ist auch ein Grund, warum ich hier bin, weil ich sehe eine totale Zukunft. Jetzt stell dir vor, wenn in der Kryptowelt dieses Gesetz, was ich denke, das wird kommen, früher oder später, dann haben Solana, Cardano, Ethereum und alle anderen, wir reden hier von über 90 Prozent, 99 Prozent der Projekte werden KYC machen müssen. Das heißt, die müssen an das SEC ihre Kunden melden. Wie wollen sie das machen? Ja, es ist ja faktisch unmöglich. Und das ist halt wirklich so ein interessanter Punkt und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja wirklich sehr, sehr wenige Projekte, die über den Fair Lounge gegangen sind. Beispiel hier ist ja auch Casper mit K, der Proof-of-Work-Konsens-Mechanismus. Und ich sage mal, das ist einfach eine Entscheidung, die weit sich zeigt und die zeigt, dass das Team nicht gewinnorientiert arbeitet. So, jetzt gibt es natürlich immer so zwei Unterschiede zwischen gewinnorientiert arbeiten und trotzdem, ich sage mal, trotzdem ein Projekt gut voranbringen. Und da wären wir jetzt tatsächlich schon mal bei der nächsten Frage, die ich noch gerne hätte. Wir hatten ja schon ganz grob über die Token Allocation gesprochen. Marc, kannst du einmal nochmal kurz für uns zusammenfassen, wie die Token Allocation momentan gerade gegeben ist? Sprich, wie viele sind im Maximal-Supply, wie viel ist für Staking reserviert? Und vor allen Dingen auch, wo seht ihr dann, ich sage mal, oder wie funktioniert das Staking? Okay, ja, wir haben, Total Supply ist 30 Milliarden Token. Und wir haben im Moment sind 19,9 Milliarden davon sind released. Das könnt ihr auf dem Explorer nachschauen, dort wird das gezeigt. Ja, kannst du mal dort drauf gehen. Dann gehst du auf 17,9 Milliarden. Genau, das ist im Moment released. Und dann haben wir die Rest, diese restlichen 12 Milliarden, die sind noch reserviert für Staking. Die sind noch nicht released. Du kannst auch gerade mal auf die Top 100 gehen, auf den Link klicken. Dann sieht man nämlich dort oben rechts, das sind die Whales quasi. Und da siehst du auf Platz Nummer 1, 850 Millionen Xepp. Das ist das Collateral für den Robbed Xepp auf Binance. Viele Leute sind ein wenig verwirrt. Was ist dann diese Binance-Adresse bei uns bei CoinGecko oder CoinMarketCap? Das sollte doch ein Layer 1 sein, aber es hat hier so eine Contract-Adresse. Max, soll ich uns unterbrechen. Aber genau das, muss ich jetzt sagen, lese ich auch immer wieder in den Videokommentaren. Ich meine, ich habe ja noch ein paar Videos gemacht zu Elektro-Protokoll. Einmal ganz kurz, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Oben rechts in der Infobox findet ihr meinen allerersten Deep-Dive zu Elektro-Protokoll, wo ich das Projekt schon vor etwas längerer Zeit vorgestellt habe. Da guckt auch gerne mal rein. Ich habe immer wieder zu kämpfen mit Krypto-Youtubern oder Kollegen von mir, die sich einfach wirklich bescheiden informieren oder nicht alle Informationen lesen. Und genau, Marc, erzähl doch einfach mal, also ist denn jetzt Elektro-Protokoll eine Layer 1, eine Layer 2, eine Hardfork? Ist das Ding über einen Binance-Smart Chain-Baukasten gebaut worden? Wie kommt denn das ja eigentlich zustande? Also Elektro-Protokoll ist eine eigenständige Layer 1-Blockchain. Und damit wir auf einer Dex sind, haben wir diese Wrapped-Gsepp gemacht, damit wir auf Pancake-Swap drauf sein können und die Leute von der Binance-Welt auch handeln können mit Gsepp. Deswegen haben wir einen Smart-Kontrakt gemacht. Dort diese 850 Millionen, die du siehst im Explorer, sind dir ausgezeigt. Auf Platz 1, die grösste Position ist Collateral for Wrapped-Gsepp on BSC. Also ihr seht, diese Wrapped-Gsepp, die existieren auf der Elektro-Protokoll-Blockchain 1 zu 1. Hier sind 850 Millionen Wrapped-Gsepp wurden produziert auf der Binance-Seite und die kann man jetzt swappen. Ihr seht, die richtigen Gsepp sind hier, nicht auf Binance. Das ist einfach nur ein Wrapped-Gsepp, wie es von Ethereum Wrapped, Ethereum massenhaft gibt. Also kurz zusammengefasst für alle da draußen, die sich jetzt mit der Technologie nicht so dick auskennen. Elektro-Protokoll ist eine eigene Layer 1-Blockchain. Kein Hardfog, nichts abgespaltet, nicht mit einem Binance-Smartchain-Baukasten in 10 Sekunden gebaut, sondern eine eigene Layer 1, über die nur das Team Verwaltung hat und was auch keinen shady Beigeschmack hat. Das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich und offen und transparent einfach auch nochmal sagen. Und das auch wirklich ein Vorteil ist. Denn die Geschwindigkeit, die Skalierbarkeit und vor allen Dingen auch die Sicherheit, die ist ja absolut gegeben durch die Layer 1. Jetzt muss man auch nochmal ein zweites Thema nochmal zeigen und da gehe ich nochmal ganz kurz mal zurück. Denn das hat mich jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen überrascht, weil ich kannte diese Blockchain-Explorer-Seite von der Job-Protokoll auch noch nicht. Wir haben hier unten ja, wir haben ja weit über, was sind das, 600 Nodes. Also wir haben ja Notbetreiber, sprich man kann ja auch staken. Kannst du dazu auch noch kurz was sagen? Genau, das sind die Nodes, die gerade im Moment aus dem Explorer sichtbar sind. Das sind nicht alle. Ihr müsst euch vorstellen, da sind Netze an Netzen an Netzen gehängt und der Explorer, der hat einfach mal, ist ein Node, wenn du so willst. Und aus seiner Sicht sieht ihr jetzt all diese 600 ungefähr Nodes. Davon sind drei in Grönland, was interessant ist. Wie das gerade hier? Ja, ich weiss nicht, das sind einfach IP-Adressen letztlich und die werden hier gemappt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, warum die jetzt hier in Grönland sind. Aber es sind richtige Nodes, also die kann man anpingen. Und das sind jetzt Leute, die GSEP-Besitzer sind. Jeder kann also einen Node betreiben, ganz einfach. Du kannst einfach deinen Desktop-Computer, nicht dein Handy, kannst dein Laptop, kannst du nehmen. Ist nicht empfehlenswert. Du kannst einen Desktop-Computer nehmen. Dann musst du das Pro Wallet, das ist das grosse Wallet, das die ganze Blockchain runterlädt. Du bist ja dann ein Teil von der Blockchain und nicht nur eine Sichtweise, Sicht auf der Blockchain. Die lädst du runter, das dauert, kann fast eine Stunde dauern, weil das sind viele, das sind Gigabytes. Das ist ja die gesamte Historie, die du ja in den letzten Jahren runterlädst. Du bist ja Teil der Validatoren dann. Richtig. Und dann lässt du diesen Computer laufen. Du musst deine GSEP, die du hast, und empfehlenswert ist, über eine Million GSEP zu haben, weil das Staking-Mechanismus funktioniert so, dass man schaut, wie viel hat jemand, und dann kommt man wie in eine Lotterie rein. Dann wird ausgewählt, nach Zufallsprinzip wird dann jemand ausgewählt. Und je mehr Geld du hast, auch in deinem Wallet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgewählt wirst. Du kannst auch mit ganz wenig Staking, nur die Chance, dass du dann drankommst, ist einfach entsprechend kleiner. Und jetzt seht ihr hier auch einen Umstand. Also wir reden ja immer, wir reden ja bei der Blockchain, für die Leute, wie es um die Technologie geht, um Dezentralität. Also etwas muss dezentral sein, dass niemand es verändern kann, niemand es angreifen kann, niemand eine Transaktion so manipulieren kann, dass es zu seinem Vorteil ist. Ja, dass Assets nicht doppelt ausgegeben werden können, dass das Kassenbuch-Blockchain einfach stimmt. Und hier, meine lieben Freunde, seht ihr, wir haben eine Dezentralität gegeben. Denn diese 600 und, Marc, wie viel waren es nochmal? 609? Oh, das ändert sich die ganze Zeit. Und wenn du das neu startest, dann wird eine andere Zahl dort sein, wahrscheinlich. Ja, okay, aber diese über 600 Notes, die ich momentan hier gerade sehe, das sind alles Privatpersonen, das sind alles Unternehmen, das sind alles Leute wie du und ich, die sich entschieden haben, die Sicherheit des Netzwerkes zu erhöhen, ihre Elektra-Protokoll ins Staking zu geben, ihre XEP-Coins, Layer 1 nochmal, Coins ins Staking zu geben, dafür einen Reward zu kriegen. Marc, das sind drei Prozent, glaube ich, richtig? Ja, drei Prozent Staking Award. So, Marc, jetzt haben wir ja nun ganz viel über schon so die Historie gesprochen. Wir haben alles abgekehrt, wie es das Team sich aufgestellt hat, was die Vision von Elektra-Protokoll ist, was sie auch macht und vor allem auch, wie die Token verteilt sind. So, ja, jetzt kommen wir wirklich mal zum wichtigsten und interessantesten von dem gesamten Interview, was wir heute gemacht haben oder unsere Unterhaltung, die wir einfach mal abfilmen. Marc, was habt ihr zukünftig vor? Der Name OmniXEP, also OmniXEP, ist ja nur schon ein paar Mal gefallen. Was ist die Vision? Was habt ihr vor? Wie ist vielleicht auch die Timeline, wenn du dazu schon was sagen kannst? Und wie sehr wird das den gesamten Markt verändern beziehungsweise Elektra-Protokoll verändern? Ja, wie du gesagt hast, OmniXEP ist unser nächstes Baby, das wir rauslassen. Es ist so, dass wir haben jetzt noch ein paar Wochen, höchstens, bevor wir das dem Publikum zeigen können. Wir sind in den letzten, wirklich letzten kleinen Details am Schleifen. Wir haben ja schon letzten Sommer mal einen längeren Funktionstest gemacht, wo ich auch mal Krypto-Familie-Coins gemacht habe, Tokens gemacht habe für dich. Kannst du dich vielleicht erinnern? Das war auf dem Testnet. Du hast mir das mit dem Streamshot mal geschickt. Ja, richtig. Und die Idee ist, OmniXEP bringt eine ganze Menge verschiedene Sachen. Es ist ein Paket. Einerseits kann man ein Token ganz einfach machen. Du kannst in deinem Wallet, das ist auch wieder so ein Hardware-Wallet, nicht Hardware-Wallet, Desktop-Wallet, pardon. Also, da lädst du die Blockchain runter. Du musst ein Node sein im Moment. Und dann kannst du einen neuen Token machen. In einer normalen Oberfläche. Du schreibst hin, ich möchte einen Token, der heisst Krypto-Familie. Und ich möchte eine Million davon machen. Und das ist ein Typ X. Da gibt es verschiedene Typen. Darauf gehe ich jetzt im Moment noch nicht rein. Aber das ist sehr spannend. Wird es auch NFTs geben? Es wird auch NFT geben. Es gibt klassische NFTs und NFTs mit Superpower. Aber das ist etwas, das die Kryptowelt noch nie gesehen hat. Wenn du mich fragst, dann sage ich dir, was es ist. Mach dich wieder mal. Aber auf jeden Fall. Du kannst einen Token kreieren. Das dauert ungefähr zwei Minuten, bis das in der Blockchain drin ist. Und also ganz kurze Zeit. Und kostet dich ein Bruchteil von einem GSEP. Im Moment ist ja ein GSEP 0,001. Und ein Bruchteil davon ist also weniger als ein GSEP. Praktisch nichts. Das bedeutet, jeder Mann, jede Frau kann ein Token machen, so wie er möchte. Diese Token kann man natürlich verschieben an andere Leute. Man kann diese Token burnen. Und in der Zukunft, das ist ein neuer Schritt, werden wir eine interne Börse haben für diese Tokens. Also du kannst diese Tokens kaufen und verkaufen auf einer Börse. Plus, es wird ein Launchpad geben. Das heisst, wenn du jetzt eine Party hast, oder du möchtest einen Kurs haben, eine, eine, du möchtest etwas für die Gemeinschaft machen, kannst du diesen Token machen und du kannst diesen Token verkaufen und sagen den Leuten, kauf diesen Token jetzt, so kriegen wir Geld und nachher könnt ihr für diesen Token an unsere Party zum Beispiel einen Eintritt. Ihr habt schon ein Eintrittsticket zum Beispiel. So kannst du Geld machen. Es ist eigentlich ein ICO. Ein ICO ist ja nichts Böses an und für sich. Nein. Aber es sollte eine Blockchain, es sollte keinen ICO haben. Aber wenn du ein Token, ein ICO hat, das wäre dann ein ITO, Initial Token Offering, wenn du willst, da hast du viele Möglichkeiten. Du kannst das für deinen Fussballverein machen. Du kannst das machen für, das kann Boy, sagen wir Lufthansa kann das machen für seine Passagiere auch. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie groß das ist. Jetzt müssen wir noch mal einiges eingreifen. Das hast du noch nie gehört. Ich habe es noch nie gehört in dem Zusammenhang, dass es auf einer ehrenamtlich betriebenen, fair gelaunchten Layer 1 gemacht wurde. Und Leute, das ist ja das Geniale an der ganzen Sache. Du kannst Tokensets erzeugen auf Ethereum. Du kannst Tokensets erzeugen auf BNB. Du kannst Tokensets bisher auf kommerziell genutzten Blockchains erzeugen. Und Marc, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ihr seid mit Electra Protocol die erste, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht angreifbare von Institutionen betriebene Blockchain, die auch noch ehrenamtlich arbeitet, über einen Fair Launch gegangen ist, die jetzt es möglich macht, dass du deine eigenen Token auf einer Layer 1 Blockchain erzeugst. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ganz genau. Du kannst, und das ist sehr einfach, du brauchst sonst einen Developer, der deine Blockchain oder deine Tokens produziert. Hier füllst du einfach eine Maske aus in deinem Wallet. Das haben andere auch, aber das hier ist super günstig. Es kostet praktisch nichts. Bei anderen bezahlst du dann 40, 60 oder noch mehr Euro, um das zu machen. Hier ist das wirklich benutzbar. Du kannst das machen für ein kleines Projekt und dann vergisst du das wieder. Es ist nicht so, dass du jetzt hier viel Geld investieren musst, um das zu machen. Du brauchst auch kein Know-how, um das zu machen. Und wir werden dir die Möglichkeiten geben, das zu implementieren. Das wird mit der Zeit rausgerollt. Wir werden im Moment einfach mal das Wallet rausgeben, mit der Möglichkeit, die Tokens zu machen und diese verschieben, burnen. Und ja, das wird mal rauskommen. Alles andere kommt später. Da gibt es noch eine ganze Liste und wir sind da schon sehr tief in der Entwicklung dran. Das kann ich mir vorstellen. Das Omnix App ist eigentlich sowas wie ein IRC20. Es ist einfach ein Token, wenn du so willst. Und jetzt können wir natürlich, sagen wir, du hast eine Gaming-Plattform. Du willst eine interne Gaming-Währung haben. Die kannst du auf Omnix App machen. Kostet dich nichts, muss niemand fragen. Und dann kannst du die via APIs implementieren in dein Game. Und dann die Leute können das verschieben. Und die Transaktionen sind instant, was du sonst ja auch nicht hast. Da musst du immer, wenn du das auf Ethereum hast oder anderen Plattformen, dann wartest du immer lange, bis die Transaktion durch ist. Und du bezahlst für die Transaktion sehr viel. Und hier hast du eigentlich gar keine Kosten. Und der Hauptgrund, dass ihr das jetzt macht, vermute ich einfach mal, also mutmaße ich mal, ihr wollt ja Anwendung auf das Netzwerk kriegen. Und ihr wollt ja auch einfach durch euren Gedanken den Menschen das Leben ein bisschen einfacher machen. Weil ich sage mal, jeder, der jetzt sich schon mal so ein bisschen in der Materie eingefuchst hat, wird ja verstanden haben, dass man auch mal ein paar Tage Recherchearbeit braucht, um sich vielleicht einen IRC20-Token zu erstellen. Denn selbst mit solchen Neutralprotokollen wie The Graffling Chain ist das immer noch ein bisschen Arbeit. Man muss immer noch eine zweite Layer dazu nehmen. Man muss immer noch eine zweite Technologie dazu benutzen. Und es ist halt auch einfach, was die Gasgebühren angeht. Und Leute, das seht ihr ja immer wieder. Gasgebühren auf Ethereum momentan gerade im günstigsten Fall 10, 15 Dollar. Im schlimmsten Fall zahlst du 100, 200 Dollar für ein paar Dollar vertransferieren. Das will man ja einfach nicht. Das Ganze ist ja auch mit NFTs genau das Gleiche, mit digitalen Besitztümern. Und da schlägt ja, glaube ich, das Elektroprotokoll hier einfach in eine ganz, ganz andere Nische. Und durch OmniXEP, so wie ich es jetzt verstehe, wird ja viel mehr Traffic raufkommen. Sprich, der Token oder der Coin, ich muss mal Coin sagen, der Coin wird ja auch deutlich mehr genutzt werden. Es wird ja auch ein Burning geben, richtig? Also es wird ja auch ein Stück weit davon verbrannt. Stimmt das? Ja, also die Transaktionskosten von XEP, die sind minimal, aber die werden alle geburnt. So, und da kommt es dann natürlich auch auf die Masse an. Da kommt es dann umso mehr darauf arbeiten, umso besser wird es. Also wir machen ja natürlich keine Finanz- oder Anlageberatung, Marc. Aber man kann sich halt wirklich vorstellen oder gut vorstellen, dass mit wachsender Adoption, mit mehr Nutzern auf dem Netzwerk, auch natürlich dann die Token mehr benutzt werden. Sprich, man muss sich ein paar Token holen, um sie zu locken. Und das ist dann halt einfach auch ein Umstand, der genial ist. Und ihr habt ja jetzt gerade auch gesehen, Marc hat da ja so ein paar Sachen gucken lassen, was ja noch geplant ist mit der eigenen Börse, mit dem Thema NFTs, Super-NFTs. Das müssen wir definitiv nochmal etwas mehr vertiefen. Und auch einfach die Möglichkeit zu geben, dass man mittels einfachsten Schritten, ohne Geld in die Hand zu nehmen, also wirklich nur einen Bruchteil eines Cents in die Hand zu nehmen, sich ein eigenes Token-Set erstellen kann. Für sein Restaurant, für, ich sag mal, seine eigene Idee, für Eintrittskarten, für Partys. Und das sind ja die Anwendungsfälle, die wir auf der Blockchain einfach sehen wollen. Marc, nochmal vielleicht kurz zum Abschluss. Wie sieht denn das ganze Zeitlinien-technisch aus? Du hast ja schon mal so ein paar Daten gesagt. Ja. Was strebt ihr so an momentan gerade? Also wir möchten im April, möchten wir Omnix-App released haben. Das ist unser Ziel. 2024? Ja, jetzt in ein paar Wochen. Oh, okay. Das möchten wir haben. Ob wir das schaffen, das muss ich die Devs fragen, aber die werden mir keine Antwort geben. Die sind im Tunnel. Die werden sagen, bleib da draussen. Aber wir haben so die Idee, dass wir das launchen können im April. Toll. Ich würde jetzt so Mitte, Ende April so irgendwas vielleicht. Okay. Aber genau das kann ich selber nicht sagen. Ich weiss es nicht. Und vielleicht wird es auch Mai. Also hängt mich nicht auf, weil ich habe ja nicht mehr Informationen. Aber wir sind wirklich, ich sage euch, wir sind wirklich im letzten Endspurt dran. Und wir wollen das alle raushaben. Und ihr seht auch bei uns, bei unserer Coin, Gsepp, hat ja da groß begonnen, an Wert zu gewinnen. Leute beginnen das zu verstehen, was da kommt. Und das ist natürlich toll. Und ihr könnt euch vorstellen, wir Leute, die da freiwillig arbeiten, wir sind natürlich alle, haben von diesem Gsepp gekauft, mit eigenem Geld gekauft. Wir haben nichts gekriegt. Und wir hoffen alle auch, wir sind alle im gleichen Boot drin. Wir hoffen natürlich, dass das rauf geht. Wir wollen nichts pumpen. Wir sind total gegen Pump-Dump-Sachen. Darum müssen wir unsere Community oftmals bremsen. Wenn sie sagen, ja, aber jetzt kannst du doch mal ein wenig rausgehen mit deiner Information und dann geht der Kurs ein wenig hoch. Das machen wir nicht, weil wir sagen, das ganze Produkt muss stimmen. Wir wollen ja nicht nur Blabla machen wie viele andere Projekte. Wir wollen echte Use Cases haben. Das ist eine Blockchain, die benutzt werden soll von vielen tausenden Leuten. Und sie soll eine Basis für den Wert sein von diesen Waren, von diesen Ideen. Und deswegen, das ist eine ernste Angelegenheit. Wenn wir jetzt eine Market Cap haben von irgendwie, wo sind wir, bei 21 Millionen. Das ist ja absolut nichts gegenüber anderen Projekten. Da sieht man, was ein Potenzial noch da drin steckt. Aber auf der anderen Seite, wir als Team sind uns bewusst, dass wir verantwortlich sind. Und unsere Arbeit ist verantwortlich, dass diese 21 Millionen ihren Wert auch haben. Letztlich, weil Leute vertrauen uns. Deswegen haben sie 21 Millionen quasi hier, oder den Gsepp, auf diesen Preis gebracht. Man muss auch nochmal gucken. Schaut euch das mal an. Wir sind ja wirklich seit November, wir nehmen jetzt mal für das rückbiegende letzte Jahr. Wir haben jetzt tief ungefähr bei 0,00018 US-Dollar gehabt. Und sind jetzt mittlerweile hier irgendwo auf, also es ist ja mittlerweile ein 10X. Ja, fast ein 10X. Wir sind ja beim 8X ungefähr. Ja, was jetzt hier hochgekommen ist. Und das einfach, ich meine, bei einem wirklich solch kleinen Projekt, das muss man sagen, wir liegen ja hier in einem Micro-Cap-Bereich. Und Marc, vielleicht nochmal ganz abschließend, bevor wir dann den zweiten Teil des Videos starten, mit so ein bisschen Real-Talk. Weil, ich meine, wir beide sind Freunde, das kann ich auch gleich ganz fair mal so sagen. Und Marc, bekomme ich irgendwie Geld von euch, dass wir hier das Video machen? Nein, wir haben ja gar kein Geld. Oder bekomme ich irgendwie Token von euch, dass ich das hier mache? Auch nicht. Also, ganz klar der Community, wir können kein Geld an irgendjemanden bezahlen. Wir haben diese Allocation, Strategic Reserve, die ist wirklich für Projektentwicklung oder zum Beispiel Listings auf Börsen oder so vorgesehen. Ja, genau. Hier sieht man die Nummer 2, Nummer 4 zum Beispiel. Das ist so reserviert. Aber zum Beispiel im letzten Jahr, 23, da hatten wir weit über 400 Millionen Strategic Reserve und die haben wir einfach weiter in die nächsten Jahren gebracht. Wir wollen das ja gar nicht verkaufen, weil das bedeutet, dass wir den Kurs runtertreiben. Wir müssen ja auf eine Börse gehen und das verkaufen. Dann geht der Kurs runter, das will ja niemand. Aber ich muss mich jetzt mal ganz klar nochmal differenzieren. Ja, deswegen habe ich das einfach nochmal erwähnt, weil die Fragen kommen ja immer mal wieder. Kriegst du ja Geld für das Projekt? Nein, ich kriege kein Geld für das Projekt. Ich mache das einfach, weil Marc und ich, wir sind Freunde. Wir haben uns vor etwas über einem Jahr kennengelernt. Da quatschen wir gleich noch im zweiten Teil ein kleines bisschen drüber. Ja, ja. Und ich finde das Projekt einfach super. Ich finde diesen ehrenamtlichen Gedanken dahinter super und da unterstütze ich natürlich auch mal ganz gerne. Und hier muss man ja auch mal ganz, ganz klar sehen, das Team hat ja eine Riesenverantwortung. Marc hat das ja schon ein kleines bisschen angeteasert. Wenn ihr euch das mal anguckt und es ist ja, man spricht ja immer von Weitblick und man spricht von Visionen und Co. Aber schaut euch einfach nochmal, diese ganzen Links kriegt ihr auch unten in der Videobeschreibung. Schaut euch einfach mal an, wie hier das Team sich schon Gedanken macht, wie viel sie zurücklegen. Schaut mal, für 25 sind 200 Millionen Elektra-Protokoll gerade weggelegt worden, um sicherzustellen, dass man, ich sage mal, Listings neu machen kann. So ein Listing auf Maxi, nur damit, dass das einer mal versteht, so ein Listing auf Maxi zum jetzigen Zeitpunkt kostet zwischen 40.000 und 60.000 US-Dollar. Da ist dann Liquidität auch schon mit einbegriffen. Ja, und Listing auf anderen größeren Börsen kostet natürlich noch viel mehr Geld. Es gibt natürlich auch kleinere, die sind sonst Listen. Aber das ist natürlich hier auch so ein Umstand, den das Team aus ihren Reserven, die sie hier haben, einfach auch bedienen müssen. Und da, guckt euch das mal an, hier gibt es eine strategische Reserve für 27, eine strategische Reserve für 24, macht Sinn, sind wir gerade, aber für 25 und 26 auch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt, Hut ab, da beweist ihr einfach Weitsicht, würde ich sagen, an der Stelle. Und das finde ich richtig, richtig mega cool. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir jetzt die Reserve für 24 werden wir niemals ausgeben. Das ist jetzt einfach mal hier, es ist quasi wie ein Budget, wir können das ausgeben, wir haben das beschlossen, dass wir das können, wenn wir wollen, aber wir haben im Moment überhaupt keinen Grund, das auszugeben. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, ihr beweist da einfach auch im Gegensatz zu all den anderen Unternehmen, die ja wirklich profitgetrieben sind, was ja nichts Schlechtes ist. Wir müssen ja alle Geld verdienen, müssen alle ihre Lebensunterhaltungskosten bezahlen, das ist ja alles in Ordnung. Wir müssen ihre Porsche fahren, ihren Privatjet haben, aber ihr ja nicht. Und das ist das Schöne daran. Und so, meine Lieben, Freunde, ich würde einfach sagen, wir haben ja jetzt einen richtig, 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 richtig coolen Talk gehabt. Ich untergliedere euch das natürlich auch alles wieder in einzelne Timesteps, dass ihr euch dann die wichtigen Sachen rauspicken könnt. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal mit unserem technischen oder unserem Know-how-Talk einfach mal Ende. Und ich werde euch oben rechts in der Infobox noch ein zweites Video verlinken. Da werde ich einfach mit Marc nochmal ein kleines bisschen drüber quatschen, wie ist er zum Team gekommen, wie haben wir uns kennengelernt, warum machen wir das hier. Und da gibt es einfach mal so ein bisschen Real-Talk über das Thema Elektro-Protokoll, mal abseits des Mainstreams, mal abseits der Informationspflicht, die wir beide euch unbedingt nachkommen wollen. Und ich würde einfach sagen, von meiner Seite aus erst mal, schön, dass ihr bisher am Video drangeblieben seid. Checkt auch auf jeden Fall den zweiten Teil aus. Und ich würde sagen, Marc, das letzte Wort gehört dir. Oh, danke. Ja, also ich bin super froh, dass ich da bei euch mal über Elektro-Protokoll reden durfte. Ich mache das auch gerne wieder. Ihr könnt mich auch in unseren Telegram-Kanälen oder so, könnt ihr auch direkt mit mir sprechen. Wir haben einen deutschen Telegram-Kanal und auch bei David natürlich in den Telegram und kommentieren unten. Selbstverständlich, ich werde eure Fragen beantworten, wenn ich das kann. Wenn das nicht zu viel Zeit, aber ich werde mich da aufheben und aufhalten und versuchen, eure Fragen zu beantworten. Also mir hat es Spass gemacht. Und mit David kenne ich ja schon lange. Und ja, vielen Dank und tschüss. Wir danken dir. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.